Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Kapla und Jolantru, ihr Schnuffis, ihr habt wieder eingeschaltet bei Trek am Dienstag. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen wieder über eine schöne alte Star Trek Folge. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich uns. Und das sind Simon am anderen Ende der Leitung. Hallo Simon. Morgen, Sebastian. Na, alles gut? Ja, alles wunderbar. Kann ich klagen. Schön, prima, prima. Ja, genau. Ich bin auch wieder da und du bist auch wieder da. Das kann ja nur eines bedeuten. Trek am Dienstag. Neue Folge, neues Glück. Ja. Hoffentlich. Simon, wie sieht es aus bei dir? Alles im gelben Bereich, sage ich mal. Also es ist viel zu tun, viel Stuff, der mich derzeit so umtreibt und bewegt. Aber ansonsten fühle ich mich wohl. Ich hatte ja letzte Woche Urlaub, zehre da auch noch ein bisschen von. Wobei viele kennen das ja, wenn man halt mal so eine Woche Urlaub hat und dann wieder in die Arbeit kommt und da wartet dann viel Spaß auf einen, dann ist es auch ganz schnell wieder weg. Aber ansonsten geht es mir Bombe. Wie soll es mir auch sonst gehen, wenn wir hier sprechen? Sebastian, ich gebe die Frage zurück. Wie geht es dir? Mir geht es extrem Bombe, muss ich mal so sagen. Ich habe heute noch gearbeitet. Ich werde morgen noch arbeiten. Dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Und ich glaube, ich werde einfach die Zeit ein wenig genießen und ich habe das heute schon mal vertweetet über meinen persönlichen Twitter-Kanal in meiner Heimatstadt und in dieser Aufnahmestadt Lüdenscheid. Da ist nächste Woche ein großes Lichtkunstfestival. Das sind die Lichtrouten. Und an dem Dienstag, wo ihr diese schöne Folge hier hört, da läuft das auch noch bis zum einschließlich kommenden Sonntag. Also an dem Dienstag, vorausgesetzt ihr hört das am Erstveröffentlichungstag. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der sich für so schöne Lichtkunst, Architektur, Lost Places und sowas interessiert, kommt mal nach Lüdenscheid. Geht noch ein paar Tage. Das ist eine tolle Sache. Ja, schön. Lüdenscheid. Die Perle im Sauerland. Ich war auch neulich da. Letzte Woche war ich da. Letzte Woche haben wir uns sogar gesehen, haben wir ja erzählt schon. Immer wieder eine Reise wert, wobei ich auch so ein bisschen das Lüdenscheid meiner Kindheit vermisse. Da war alles irgendwie noch ein bisschen anders. Das wäre, glaube ich, ein Thema für einen anderen wundervollen Podcast. Sebastian, nämlich die Rückspultaste. Kann man auch nicht oft genug erwähnen. Dass es den gibt, also alle Fans von Dreck am Dienstag, die vornehmlich den Sebastian, ich bin auch ein paar Mal dazu hören und auch eine ganze andere Reihe an ganz, ganz tollen Typen, Menschen hören möchten. Die sollten da auch mal vorbeischauen. Fantastisches Gerät. Da erfahrt ihr dann auch ab und zu mal ein bisschen, wie ich so ticke. Also wer ein bisschen autobiografisches Interesse an den Podcastern hinter dem Podcast hat, der findet da Dinge raus. Bringt ein bisschen Mut mit. Der Sebastian ist ein ganz spezieller Typ. Nein, natürlich nicht. Also bitte. Ich kann mich ja in vielem, was du so erlebt hast damals, kann ich mich ja wiedererkennen. Also das ist ja auch teilweise meine Vergangenheit. Wir sind ja beide zusammen groß geworden, nicht wahr? Oh ja. Zumindest in unserer Schulzeit dann. Und ja, deswegen ist es für mich auch immer eine Reise in die Vergangenheit. Sehr schön. Auch meine Vergangenheit. So, ja. Siehste? Siehste mal. Und dann, Simon, dann lass uns doch auch heute mal wieder in die Vergangenheit zurückreisen und über eine schöne alte Star-Trek-Folge sprechen. Ja. Welche haben wir uns denn diese Woche ausgesucht? Über den Wolken geschrieben von Reinhard May. Nee? Ja. Nicht? Nein, nein, nein. Nicht so ganz. Entschuldigung, ich musste gerade mal einen Schluck Bier trinken. Ich brauche heute mal ein Bier. Trinkst du ein Bier? Ich habe gar nichts hier. Vielleicht hole ich mir noch eins im Laufe der Folge. Ja, kannst du machen. Dann kann ich wieder lästern, wenn du nicht dabei bist. Ja, genau. Das machst du ja so gerne. Nein, Sebastian, The Cloud Miners heißt die Folge natürlich. Und zu Deutsch? Die Wolkenstadt. Die Wolkenstadt. Die Wolkenstadt. Also nicht die Wolkenstadt aus Star Wars, Cloud City, sondern die etwas andere Wolkenstadt. Ja. Stratos heißt sie. Ja. Stratos. Weißt du, woran ich da sofort denken musste, als ich den Namen gehört habe? Natürlich. Weißt du, natürlich, ne? Weißt du das? Ja. Da sind wir schon wieder bei Lüdenscheid, ja? Oder woran hast du gedacht? Bei Lüdenscheid, Stratos? Ja, nee, da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Aber natürlich. Ach was? Dass dieser Grill auch jetzt in der Wolkenstadt da ist, in der Folge, die wir heute gesehen haben. Wir sehen ja nur einen kleinen Ausschnitt. Vielleicht steht da irgendwo einer und backt so flacky. Ich fände es toll. Ja. Gut. Aber bevor wir erzählen, wie wir überhaupt da hinkommen, in dieser Wolkenstadt, Sebastian, reden wir ganz kurz über die Folge. Das Drehbuch stammt von Margaret Armen. Also nicht Armen, wie eine Kirche, sondern Armen. Die hat schon geschrieben, The Gamesters of Triskelion und The Paradise Syndrome. Die Story hingegen, die Story, also nicht das Drehbuch, die stammt unter anderem von David Gerald, den wir ja auch gut kennen. Ja. Von The Trouble with Tribbles nämlich. Der David Gerald, der sagte damals von sich, er war Anfang 20 und sah aus wie 12. Und obwohl schon diese Tribbles-Folge auf sein Konto ging, und die war ja sehr, sehr beliebt, auch damals schon, hat der Fred Freiberger, der Produzent der dritten Staffel, diesem Jungspund nicht vertraut. Und deswegen hat er ihm den deutlich älteren Mentoren Oliver Crawford an die Seite gestellt. Ja. Auf dessen Kappe gehen so Sachen wie Galileo 7, let that be your last battlefield. Und weil die beiden sich nicht grün waren und sich auch nicht einig wurden, haben sie denen irgendwann die Story weggenommen und das finale Drehbuch wurde dann von besagter Margaret Armen fertiggestellt. Eine lange Geschichte, ob das der Story so gut getan hat, das werden wir gleich erörtern. Aber vorher, Sebastian, wirst du mir sicherlich noch die Frage der Woche stellen. Ja, Trommelwirbel. 28. Februar, ja, 28. Februar 1969. Hoppala. Der erste gerülpste deutscher Star Trek Podcast mit Sebastian. Ja, mit Rülps am Dienstag. Rülpser, Sebastian. Burp am Dienstag. Pardon, er macht doch nichts. Fühle ich wie zu Hause. Immer dieses Blubberwasser. So, 28. Februar wurde, 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 wurde die Folge 1969, wurde sie auf NBC ausgestrahlt und sie kam im deutschen Fernsehen, Simon. War es eine frühe oder eine späte Folge? Es war eine späte Folge. Und Sebastian, ich glaube, das Spiel wird ein bisschen langweilig jetzt nach außen hin, nach außen hin, nach nach draußen, raus. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind ja jetzt in den letzten, letzten Episoden von der Original Series. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Folgen, die jetzt noch kommen, die drei sind es, glaube ich, oder vier, drei oder vier. Je nach, nur noch drei. Nur noch drei, ne? Noch drei Folgen, dass die letzten drei Folgen, glaube ich, alle zu den späteren gehören. Und das weiß ich leider. Das habe ich irgendwann mal, also das weiß ich noch. Okay. Okay. Also du sagst, das hier war eine späte Folge? Ja. Dann löse ich auch mal auf. Es war der 23. Mai 1988, als es auf Sat.1 kam. Ja. Ja, sehr schön. Muss ich diesmal gar nicht das Jingle einspielen, du hast es schon gebracht von alleine. Mensch, du, was es wohl für ein Spiel bei der Next Generation gibt oder bei der Animated Series, die wir als nächstes auf der Funde haben. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ja. Ja, die Wolken. Was? Nee, da fällt mir nichts ein. Ich habe da schon drüber nachgedacht lange, womit wir das Spiel dann ersetzen können. Aber ehrlich gesagt bin ich da auf keinen guten Einfall gekommen. Und deswegen jetzt hier der Aufruf an die Hörer, wenn ihr eine Herausforderung habt, die ich jede Woche an Simon stellen kann, für die Animated Series oder für Next Generation oder für whatever im Star Trek Bereich, dann schreibt es uns. Genau, ja. Kann auch was Aberwitziges sein. Muss nicht was Informatives sein. Ich könnte zum Beispiel die Folge, den Folgentitel immer singen in unterschiedlichen Stilen oder so. Oder sowas. Das ist aber eine Steilvorlage. Nein, denk doch was anderes aus. Ach, schön. Ja, die Wolkenstadt, die Wolkenstadt. Wie kommen wir zur Wolkenstadt? Das Ganze, Sebastian, ich starte jetzt einfach mal. Ja, klar. Das geht so los, dass wir auf einem Planeten, das ist Merak 2, wie wir später erfahren, da erwähnt der Jim das nämlich, da ist so eine ganz komische botanische Seuche ist da am Start. Also das Pflanzenleben, das ist im Begriff gerade zerstört zu werden, was wiederum bedeutet, dass es ein Problem mit der Atmosphäre gibt, mit dem Sauerstoffgehalt. Und deswegen droht da die ansässige Bevölkerung daran zu vergehen. Und deswegen schickt man die Enterprise los und zwar Richtung Ardana. So heißt ein Planet und auf diesem Planet gibt es ein bestimmtes Mineral. Zenite, glaube ich, heißt es im Englischen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie übersetzen kann. Zenit. Zenit. Und dann gibt es nämlich Zenit. Und dieses Zenit kann das Ganze irgendwie rückgängig machen. Das ist so die Ausgangslage heute. Ein bisschen langweilige Ausgangslage, wenn du mich fragst. Denn schon vor zwei Wochen war eine Seuche auf der Enterprise und wir brauchten ein Mineral von einem Planeten als MacGuffin, damit die Handlung losging. Das ist irgendwie gerade mal so an der Tagesordnung. Ja. Aber das Mineral, das gibt es auf Ardana. Da wird das abgebaut in den Minen. Also fliegt man da hin. Oder besser gesagt, man ist schon da, als die Folge losgeht. Und man erfährt, der High Advisor, der hohe Ratsherr von Ardana, lädt die Crew oder besser gesagt Kirk und die Repräsentanten der Crew ein nach Stratos in die Wolkenstadt Ardanas. Und das verwundert den Jim ja erst mal. Ja, richtig. Er hat da auch erst mal gar keine Lust drauf. Mal abgesehen davon, dass es ja auch sehr ungewöhnlich ist, dass man auf eine Wolkenstadt eingeladen wird. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Er möchte das erst mal gar nicht, denn die Zeit drängt. Er möchte zum Planeten runter beamen, zu den Minen, das Zeug holen, abhauen und dann irgendwann mal wiederkommen. Wir erfahren an dieser Stelle auch, dass Ardana zur Föderation gehört. Und diese Information finde ich sehr wichtig, wenn man sich so in die Folge dann beschaut. Aber gut, eine Wolkenstadt, wie kann das denn sein? Eine Wolkenstadt, das ist eine ganz komische Gesellschaft da. Ja, was das für ein Engineering Feet ist, so eine Stadt da so fliegen zu lassen. Meine Fresse, da müssen ja dann eigentlich immer unten so Düsen dran hängen, die das Ding oben halten. Wahnsinn. Hinterfragen wird es mal nicht. Oder es gibt irgendwie ein Feld, wo die Schwerkraft ausgesetzt ist und da schwebt das Ding drüber. Tolle Sache. Es gibt auf jeden Fall eine Wolkenstadt, aber Kirk sagt halt, funk mal, wir fühlen uns sehr geehrt und kommen irgendwann wieder. Und sie beamen runter auf die Planetenoberfläche. Ja. Ohne Bones. Kirk und Spock ohne Bones. Diesmal sehr ungewohnt. Richtig, ja. Es ist auch sonst niemand da. Früher war es ja öfter so, dass man dann auch noch ein paar Crewmitglieder dabei hatte, die von denen dann der eine oder andere auch mal ins Gras beißen durfte. Hier sind es einfach nur die beiden, die runter beamen. Und dieser Planet scheint erst auf den ersten Blick relativ verlassen zu sein. Das ist so wieder diese typische rote, so diese rötliche Atmosphäre da. Und wir sehen viele schöne Kulissen, Steinkulissen, die unmöglich echt sind. Und man wundert sich erstmal, wo sind die denn alle denn? Eigentlich sollte das Ganze ja bevölkert sein da unten. Da sollten sogenannte Troglyten oder Troglites rumlaufen. Und diese Herrschaften sind tatsächlich die Arbeiter, also die, die da in den Minen sind. Die Kumpel sozusagen, die da unter Tage das Zeug hochschaffen. Aber irgendwie sind sie gar nicht da. Ja, stattdessen gibt es einen wunderschönen Anblick, denn die beiden Helden stehen da und legen die Köpfe in den Nacken und sehen oben die intellektuelle Künstlerstadt Stratos in den Wolken fliegen. Und Simon, das sah bei dir sicherlich super aus in der Remastered-Fassung, aber das sah sogar schon in der Ur-60er-Fassung ziemlich interessant und spektakulär aus. Super ist ein interessantes Wort. Es sieht spektakulär aus. Es sieht unglaublich fake aus, finde ich, in der nachgemachten Version. Es sieht aus wie, als wäre es so ein Terry-Gilliam-Zeichnung, weißt du? Wo gleich da oben die Stadt auseinanderbricht und da kommt dann so ein Gott raus und sagt dann irgendwas. Ja. Also es ist schon ein bisschen, es sieht cool aus, ohne Frage. Es ist interessant und so. Es sieht aber nicht aus, wie man sich so eine Wolkenstadt vorstellt. Es sieht eher aus wie so ein großes Haus und so ein paar Türmchen auf einer Wolke. Also auf einer Wolke. Interessant. Interessant. Ja. Dieser Mechanismus, der jetzt da oben hält, scheint irgendwie in der Wolke verborgen zu sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder die Wolke, der generiert diese Wolke. Who knows? Ja. Auf jeden Fall ist das, hängt das da oben und das ist so ein Ding so, ja, da haben wir es schon. Es ist unerreichbar vom Boden aus. Unerreichbar für den, der sich bei den Minen aufhält. Ja. Ja, der Jägerzaun hängt am Himmel, sozusagen. Da werden wir auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen. Du hast auch schon gesagt, intellektuelle Künstlerzivilisation, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da sollen ja auch unglaubliche Kunstschätze sollen da sein. So schön gibt sie oder so aufregend gibt es überhaupt nirgends außer da. Ja, und dann sind wir natürlich im Vergleich dazu auf diesem doch recht tristen Planeten, auf diesem, ja, fast schon so leicht höllischem Planeten, ja, mit diesem ganzen Rot und sowas, wo diese Troglythen sind. Wo sie es noch nicht sind, aber sie tauchen gleich auf. Ja, sie tauchen nämlich tatsächlich gleich auf. Wir sagten schon, wo das Zenit hätte liegen sollen, da liegt nix. Stattdessen kommen drei von den Troglythen um die Ecke mit Lederschlingen und fangen unsere Helden ein und, ja, die sehen ja mal aus, als wären sie mit Kanunien Sing verwandt, oder? Ja, das ist ein sehr, 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 sehr guter Vergleich. Tatsächlich so Ganzkörperanzüge, Kapuzen haben die an und dann auch diese Schweißerbrillen, also diese futuristischen Schweißerbrillen, also es sind einfach so Brillen, die nur so einen Schlitz haben, ja, und da gucken die dann durch. Ja, und alle sind ganz verstaubt und was machen sie? Du hast es gesagt, sie machen unsere Helden in so Schlingen, machen sie die fest, die auch so manchmal so, ja, so Lederlassos sind das quasi. Kirk kriegt so einen roten Ball in den Mund. Nee, Moment. Nee, das ist die falsche Folge. Okay. Ja, aber Kirk sagt, warum werden wir hier überhaupt attackiert von euch? Wir wollen doch gar nix. Und die reagieren aggressiv, also die Anführerin tatsächlich dieser kleinen Gruppe, das sind keine Ahnung, irgendwie so vier oder fünf Leute, die sagt, ihr kommt hier runter und stört uns und deswegen attackieren wir euch. Und die hört auch gar nicht groß zu, als Kirk die Situation irgendwie erklären will. Ja, und deswegen wird sich ein wenig geboxt. Noch vor dem Boxen ist mir was Tolles aufgefallen, Simon. Direkt nach dem Vorspann wird nämlich unser Jim zum Bauchredner. Da werden so die Titel eingeblendet und wer es geschrieben hat und wer Regie geführt hat und Jim sagt, während die Kamera auf ihn zeigt, who are you, what is the meaning of this attack? Und er sagt es, ohne seine Lippen zu bewegen. Ganz, ganz toll. Ich habe schwer gelacht. Hat man das nachträglich irgendwie eingefügt oder so? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das war im ADR, wie es so schön heißt. Klar, wurde das dann da reingedappt. Und das hätte man nicht in der Off-Szene machen können. Nein, man musste ein Close-Up von Kirk zeigen. Nee. Und auch nicht in dem Kampf, so ein bisschen wie bei Terrence Hill und Bud Spencer, wo die ja auch immer Sachen sagen, die sich die Lippen nicht bewegen. Nein, das ist sehr, sehr offen. Man muss natürlich zugeben, wenn man gerade damit beschäftigt ist, zu lesen, wer die Folge geschrieben hat, fällt einem das nicht auf. Aber wenn man auf Jim achtet, dann denkt man, was ist denn hier los? Okay. Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen. Sehr gut. Hast du sehr gut beobachtet. Ja, der Kampf geht sehr lang, ist nicht besonders spannend. Und plötzlich erscheint eine andere Truppe, die beamt sich dahin. Und das ist so ein, ja, so ein alter Mann. Und der hat so seine zwei Gehilfen dabei, so seine zwei Bodyguards. Und die sagen, aufhören hier, schießen auch so ein bisschen und die Troglites fliehen. Ja, Sebastian, da ist er, der High Advisor. Der High Advisor, der Plasses, jawohl. Der klärt uns auch auf. Also nun lernen sie ihn doch kennen, obwohl sie es gar nicht wollten. Der klärt uns jetzt auf. Die Angreifer sind abtrünnige Troglites. Sogenannte Disruptors. Ja, wie werden die wohl auf Deutsch heißen? Ich habe es jetzt leider nicht nachgeschlagen. Disruptoren. Disruptoren. Störer. Ja. Störer. Ich bin, ich mache ja Marketing. Für mich ist ein Störer. Ja, für mich auch. So ein orangener Button auf einer Verpackung vorne drauf. Genau, irgendwas, was halt auffällt. Und das komplette Design disruptiert, damit einem das ins Auge fällt. Ja, genau, die Disruptors. Was haben die vor? Ja, man meint im ersten Moment, das ist so, es kommt so rüber, als wären es so eine Truppe an Terroristen einfach, welche die Hohen Herren in der Wolkenstadt stören und Geiseln nehmen wollen. Und so auch Kirk und Spock angeblich, denn sie haben etwas gegen die Führung dort, gegen die politische Führung, gegen den Hohen Rat. Als Kirk dann fragt, was, wieso, weshalb, da erfahren wir noch gar nicht so viel davon. Aber man meint schon so als Zuschauer, okay, die werden doch bestimmt irgendwie unterdrückt. Also du bist schon hier so an diesem Punkt, denke ich, wo du denkst, die werden ja einen Grund haben, diese Leute, dass die so aggro drauf sind. Schon an der Stelle weiß man, das ist jetzt die Star Trek Variante von Metropolis. Metropolis, die wir zu sehen bekommen. Ja, wo du gerade Terroristen gesagt hast, der Mann von unserer Pastorin, immer wenn der Terroristen sagen will, dann sagt er Terroristen, Terroristen. Da muss ich immer so lachen, Terroristen. Das sind so Leute, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten können und dir ständig irgendwie erzählen wollen, wie sie die Dinge sehen. Das sind dann die Terroristen. Ja, genau. Jedes Mal zuck ich zusammen, wenn er das sagt. Der sagt das gar nicht so oft, weil wie oft sagt man schon Terroristen? Aber ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf kam. Das ist eine schöne Anekdote. Ja. Sebastian, man beamt hoch. Places verspricht, wir kümmern uns da drum, ihr kriegt euer Zeug. Aber kommt doch jetzt erst mal mit, seid unsere Gäste nach diesem ganzen Schrecken. Ja, man beamt dann tatsächlich auf diese Wolken statt. Ja. Und die sieht auch wirklich beeindruckend aus, muss ich sagen. Auch von innen. Wie findest du? Ja, Mann, ich denke mir, die hatten kein Geld in der dritten Stadt. In der dritten Staffel, in der dritten Stadt, ja. Da auch nicht mehr. Da auch nicht mehr. Das ist ein offenes Set. Zweietagig. Oben so ein Balkon mit Blick nach unten in die Wüste, auf die Minen und nach oben in den roten Himmel. Da schweben tatsächlich Wolken, eine ganz elegante Treppe ist da und dann hängen da auch so Kunstwerke. Also da haben sie nochmal richtig alles gegeben, oder? Würde ich auch sagen, ja. Also es ist erstaunlich aufwendig. Definitiv hätte man auch deutlich simpler machen können. Ja, Spock ist ganz begeistert über die Technik und als sie dann diese elegante Treppe, die mir auch aufgefallen ist, eine erstaunlich elegante Treppe, ja, als sie dann so runtergehen, taucht eine halbnackte Frau auf. Das ist die Tochter von Places, die heißt Droxine. Auch ein lustiger Name irgendwie, Droxine. Zumindest für meine deutschsprachigen Ohren. Und die ist dann auch ganz angetan erstmal von Kirk, aber vor allem von Spock. Den findet sie ganz faszinierend. Pardon the pun. Pardon the pun. Die Droxine. Droxine klingt eher wie so ein Zäpfchen irgendwie, ne? Oder wie irgendein anderes Medikament, weiß ich nicht. Die Globuli. Ja. Und ich würde die ja gerne mal mitnehmen von Stratos in den Stratos Grill, weil ich habe, glaube ich, noch keine so dürre Frau in Star Trek gesehen. Die ist schon ein bisschen unangenehm dünn, finde ich so. Dass man so denkt, Mann, ob das so gesund ist, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ja, wer bin ich darüber zu urteilen? Das kann man ja immer schlecht sehen. Auf den ersten Blick, ob das jetzt noch gesund ist oder nicht mehr so gesund. Ja, aber sie ist extrem dürr und extrem leicht bekleidet und angetan, wie gesagt, von Spock. Und angetan von Spock. Die findet den auf den ersten Blick gleich. Zum Anbeißen. Ja. Und ich glaube ja, sie ist so ein bisschen die Platzhalterin für die Zuschauer. Denn Spock ist ja derjenige, der die weiblichen Zuschauer zu körbeweise Fanpost bewegt hat. Und das wird, glaube ich, hier einfach mal in ihrem Charakter ein wenig verarbeitet. Dass es jemanden gibt, der sich von diesem Geheimnisvollen, von diesem Intellektuellen, von diesem Feinsinnigen so anziehen lässt. Das haben wir ja sonst nicht so oft. Sonst rennen die alle eher in Richtung Gym. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil ich finde, dass Doxin, Doxin, Droxin, Droxin, ja, Droxin auch ein bisschen dümmlich rüberkommt im Verlauf der Folge. Bis zum Ende, also am Ende hat sie dann so einen kleinen Turnaround. Aber ja, kann schon sein, dass es so ist. Ich weiß aber nicht, ob das ein Lob ist, so wirklich. Ich finde sie nicht so dumm, ich finde sie vielmehr naiv und dadurch, dass sie aus dieser Wolkenstadt nie rausgekommen ist, hat sie einfach überhaupt keine anderen Perspektiven jemals kennengelernt. Und das merkt man ihnen ihr sehr an. Aber ich glaube, die ist schon irgendwie studiert und gebildet. Ja, meinst du? Gibt es ja oft so kluge Leute, hatten wir auch bei uns in der Stufe, will ich jetzt niemanden speziell irgendwie nennen, die schon irgendwie sehr klug waren. Aber wo man merkte, so vom Leben selbst, da wissen die nicht so viel. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, durchaus. Ja, Droxin, man geht jetzt so ein bisschen rum. Wir haben ja schon gesagt, Kunst spielt eine sehr, sehr große Rolle. Der Place ist auch richtig stolz drauf. Aber ach, an einem dieser Ausstellungsstücke finden wir ja so ein, keine Ahnung, was das sein soll, so ein Werkzeug, was eigentlich die Minenarbeiter verwenden. Und es wurde damit beschädigt. Und der ist auch ganz außer sich. Der Place ist, Mensch, hier wurde das alles kaputt gemacht und sonst was. Und an der Stelle möchte auch Kirk ein bisschen mehr wissen. Was wollen die denn überhaupt? Was haben die denn gegen euch? Und man schweigt da so ein bisschen. Aber dann kommt ja tatsächlich einer von diesen Leuten auf den Plan. Ja, die Antwort von Places ist, dass die ganz unangemessene Dinge wollen. Und mehr müsst ihr nicht wissen. Und spätestens hier würde ich ja schon mal stutzig werden und sagen, was? Genau. Tatsächlich macht sich aber, bevor der Troglyt jetzt reinkommt, dass Kirk mal weiter sorgen, dass man das Zenit rechtzeitig bekommt. Und wir bekommen einen kleinen Einblick in die Funktionsweise der Föderation. Denn Adana, wie du schon eingangs gesagt hast, gehört dazu. Und deswegen muss man Merak II schnell helfen. Man ist durch die Mitgliedschaft in der Föderation dazu verpflichtet. Also ein Staatenbund, wie es es auch hier auf der Erde gibt. Ein Bund an Völkern, die sich gegenseitig verpflichten, sich zu helfen. Ja. Und das wird hier ganz klar gesagt. Dass man sich auch dran halten muss dann. Places fragt mal, ob man sich ausruhen möchte. Und die Idee findet Spock super. Ausgerechnet Spock sagt, ja, ich könnte mich jetzt mal hinlegen. Und dann gehen sie weg. Ja, aber dann, du deutest es ja schon an, dann kommt ein Troglyt oder ein Troglide vorbei. Ja, der sieht so ähnlich aus wie die Kollegen unten. Bis auf die Brille. Und der ist offensichtlich erwischt worden von zwei dieser Sentinels. Und wird auch gleich verdächtigt, derjenige gewesen zu sein, der da dieses Kunststück beschädigt hat. Und er hat auch, also man erfährt auch hier, dass die Troglites oder die Troglyten offensichtlich diverse Pässe brauchen, Passierscheine brauchen, um Dinge zu tun. Und er behauptet, ich bin nur hier, um was zu reparieren. Ja, aber du hast doch hier überhaupt keine Erlaubnis, irgendwas zu reparieren. Du hast auch keine Transportkarte, die du brauchst, um irgendwie herzukommen. Also der wird gleich, der soll auch gleich, nehmt ihn hinweg mit ihm, nehmt ihn fest. Der wird ja auch sehr, sehr respektlos behandelt. Also sie reißen ihm seine Schutzbrille herunter, die er deswegen braucht, weil er nur die Dunkelheit der Minen kennt. Und dann muss er so, dann ist er so geblendet. Und das ist schon sehr, sehr erniedrigend und gemein eigentlich, wie man mit dem umgeht. Absolut. Und als man dann wissen will, wer waren denn jetzt die Disruptors, die hier dieses komische, dieses Dolchwerkzeug in das Kunstwerk gerammt haben. Da macht er etwas sehr, sehr Unvorhergesehenes, indem er nämlich Anlauf nimmt und sich über die Brüstung, die ganze Szene findet auf dem Balkon statt, über die Brüstung in den Tod stürzt. Das ist eine sehr, sehr dramatische Szene, aber auch, wie ich finde, zumindest in der Urversion ein mieser Effekt, weil das so aussieht, als hätte man mit Wachsmalern auf die einzelnen Frames diesen Körper drauf gemalt. Sah das bei dir ein bisschen gekonnter aus? Ja, ja, das fällt dir gar nicht auf. Das sah schon gut aus. Und es ist tatsächlich überraschend, ja. Also es kommt halt aus dem Nichts, der läuft halt und springt runter. Eine ganz, ganz fiese Szene, dass der tatsächlich sofort Selbstmord begeht. Das ist tatsächlich diese einzige Szene, die ich immer vorm Auge habe, vorm inneren Auge habe, wenn jemand The Cloud Minders sagt. Ansonsten kann ich mich gar nicht an so viel von der Folge im Detail erinnern. Aber das habe ich irgendwie immer parat, präsent. Ich verstehe die Szene nicht so wirklich, Sebastian, weil im Hinblick auf spätere Ereignisse, aber da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Weil ich verstehe die, eigentlich müsste der, so wie uns die Troglites später erklärt werden, was anderes tun hier. Er tut das, glaube ich, einfach um des Effekts willen, ja. Die Stadt in den Wolken, da müssen wir da auch mal einen runterspringen lassen. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist, glaube ich, das... Ja, 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 mhm. Nee, nee, akzeptiere ich nicht. Später dann. Ich akzeptiere das auch nicht, aber das ist halt einfach, das ist halt einfach so ein Schockeffekt, den sie da einbauen wollten. Genau. Gut. Aber Effekt ist ein gutes Stichwort, denn während der Kirk pennt, da passiert etwas, das habe ich so in Star Trek noch bisher noch nicht gesehen, Simon. Ich auch nicht. Es ist so ähnlich wie eine bebilderte Logbuch-Szene, die wir hier sehen. Der Spock sitzt da und ist ganz in Gedanken und rekapituliert das, was sie gerade erlebt haben und zieht Schlüsse daraus, um dem Publikum nochmal ganz genau zu erklären, was da abgeht. Und das Ganze ist so umgesetzt, dass wir Spock sehen, wie der anfängt zu reden, aus dem Off natürlich, wenn man sieht ihn, also es sind halt irgendwie Gedanken oder so. Und dann sieht man Szenen, die wir schon gesehen haben. Ja. Ja, aber warum? Ja, als würden jetzt die Schreiber und die Produzenten denken, wir müssen so ein Last Time on Star Trek mitten in der Folge bringen. Als wären die Leute eingepennt oder so gerade und kommen jetzt aus der Werbung wieder und wir müssen denen jetzt mal erklären, was da gerade los war. Ja, vor allen Dingen nach diesem Selbstmord, der schon irgendwie dich wach machen sollte eigentlich. Finde ich das interessant. Aber lustig ist auch der schlafende Kirk dabei. Das ist einfach schön. Ja, und im Grunde erzählt ja Spock das, was wir gerade schon uns selbst erschlossen haben und was eigentlich auch jedem klar ist, es gibt dort eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben die Privilegierten in der Wolkenstadt, die irgendwie nichts machen müssen, außer gut aussehen. Und dann haben wir diese Miner da unten, die unterdrückt werden. Und das ganz Offensichtliche, was wir gerade gesehen haben, im Umgang mit dem Joglite, wird uns hier nochmal Wort für Wort wiedergegeben. Die müssen dafür schuften, dass es denen da oben auf der inneren Wolkenstadt so gut geht. Ja. Und dann sagt Spock auch noch etwas, das finde ich unglaublich bemerkenswert, denn er sagt ja, die Droxin, die ist so schön und so unschuldig. Also irgendwie beruht das Ganze auch auf Gegenseitigkeit. Das hätte ich jetzt nicht erwartet gerade mal. Naja. Aber ach, ach, sie weiß ja nichts von der kämpferischen Verzweiflung dieser jungen Frau, die uns da in den Mieden angegriffen hat, was das wohl mit Droxin machen würde, wenn sie davon wüsste. Und das sind so Gedanken, die finde ich für Spock ungewöhnlich. Ja, bemerkenswert tatsächlich. Keine Ahnung. Spock wird ja eh gegen Ende der Original Series einfach immer seltsamer und offener und weniger Spock mäßig. Ja. Ich finde schon, dass er so eine Entwicklung durchmacht von diesem doch sehr, sehr ernsten, zurückhaltenden Vulkaner, der so in den ersten und auch in der zweiten Staffel war, zu einem deutlich emotionaleren Typen. Der auch emotional denkt. Also was würde das mit so, auch so diese Sweet Mind, ist der genauso sweet wie ihr Äußeres? Und ja, ja, fascinating Sebastian, was da passiert. Ich würde ja auch gern mal einen Roman lesen, den gibt es meines Wissens nicht, wo wir erfahren, was da passiert ist, danach der Original Series open. Ja, denn es muss ja irgendeine Intervention gegeben haben, sei es irgendwelche Vulkaner, die gesagt haben, Spock, wir machen uns um dich Sorgen, du bist so menschlich. Oder dass er selbst irgendwie Dinge gelesen oder festgestellt hat, wo er gedacht hat, ich verändere mich in eine Richtung, die ich nicht möchte. Denn wenn wir ihn nach der Zeichentrickserie im ersten Film wiedersehen, dann ist er ja jemand, der das kulinar machen möchte. Er ist jemand, der sich von allen Emotionen komplett verabschieden will. Und das steht in so krassem Gegensatz zu dem, wo er jetzt in der dritten Staffel sich befindet, emotional. Mach den Charakter, aber einfach noch interessanter, finde ich. Ja, durchaus. Das ist auch nicht komplett unlogisch, was dann im ersten Film passiert. Sondern du hast es ja gerade gesagt, vielleicht hat er irgendwas gelesen oder vielleicht ist er nicht zufrieden. Aber gut, da werden wir noch ausführlich drüber sprechen, glaube ich, wenn wir dann da sind. Ja, aber das gab jetzt so einen guten Anlass irgendwie, das mal zu erklären. Absolut, absolut. Sebastian, ich habe hier an dieser Stelle jetzt eine Frage an dich. Okay. Wir wissen, dieser Planet ist in der Föderation. Wir wissen, es gibt auf diesem Planeten eine durchaus menschenverachtende Klassentrennung. Was sind die Aufnahmekriterien, um Mitglied der Föderation zu werden? Ja, anscheinend ist es nicht, dass man ein ausgewogenes, menschenwürdiges Gesellschaftssystem hat. Ich glaube ja, die Föderation ist im 23. Jahrhundert noch so eine Rock'n'Roll-Gesellschaft, die sagt, ey, wenn da einer sowas wie dieses Z-Night hat, dann nehmen wir den mal besser in die Föderation auf. Meinst du, ja? Ja, kommt mir manchmal so vor. So nach dem Motto, vielleicht, wenn wir denen jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht Adana das anbieten und die sagen ja, dann kommen nächste Woche da die Klingonen vorbeigeflogen und dann haben die nämlich das Z-Night. Das würde ich akzeptieren, wenn Kirk und Spock sich halt nicht einmischen würden in diese ganze Geschichte. Die könnten ja da einfach liegen bleiben, vor sich hin dämmern und darauf warten, dass sie dieses Mittel kriegen und sich wieder, pardon my French, verpissen. Sie machen es aber nicht. Sie bleiben da, sie mischen sich ein und am Ende der Folge, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn ich das sage, verändern sie natürlich vieles in dieser Kultur. Und das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Ja, das stimmt, das passt auch irgendwie nicht. Also diese Gesellschaft, die ist, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ich würde es gerne mal lesen. Ich habe leider noch nicht, ich habe in meinem Schrank stehen das Buch Federation von David A. Goodman oder nicht Federation, irgendwie die Geschichte der Föderation. Und ich glaube, wenn ich das lesen würde, dann wüsste ich mal ein bisschen mehr darüber, was man tun muss, um in die Föderation reinzukommen. Denn in allen Serien, auch in Enterprise, wo wir ein bisschen was erfahren über die Entstehungsgeschichte der Föderation, bleibt das doch relativ nebulös. Und ich glaube, Simon, wir hätten es erfahren, wenn es eine fünfte Staffel Enterprise gegeben hätte. Denn Manny Cotto, der Produzent der vierten Staffel, der dafür gesorgt hat, dass in der vierten Staffel unglaublich viele Prequels waren, die uns gezeigt haben, wie Star Trek zu dem wurde im 23. Jahrhundert, im 24. Jahrhundert, wie wir es kennen. Der wollte in der fünften Staffel einen Zweiteiler machen, der auf Ardana spielt und der uns die Vorgeschichte der Wolkenstadt erzählt hätte. Und ich glaube, das hätte uns so viel gegeben. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, gut, diese Eulogy werden wir dann irgendwann halten, wenn es soweit ist auch. Aber du hast recht, ja, schade, ne? Man möchte da so ein bisschen mehr einfach drüber wissen. Gut, Droxin kommt an. Das passiert, glaube ich, als nächstes, dass Spock oder Spock geht einfach mal in den Nebenraum, wo Droxin spricht. Kirk ist in der Zwischenzeit am Pennen oder entspannt sich einfach. Und die beiden sprechen zum Beispiel über Vulkane, wie die so sind. Ja, man kommt sich näher, nicht nur auf intellektueller Ebene, finde ich, auch auf intellektueller Ebene, aber nicht nur. Und ich überspringe jetzt eine Szene, weil da sind so ein paar Hin- und Herschnitte, aber ich überspringe eine Szene, um zu sagen, dass Droxin sich auch sehr bedauernd äußert darüber, dass die Vulkanier aufgrund des Ponfars eine sieben Jahre dauernde Sexpause einlegen. Und sie fragt sich auch, gibt es nichts, was wir da mal machen könnten, dass wir das durchbrechen? Und Simon, jetzt habe ich eine Frage an dich. Wir bekamen doch ein Mock-Time lang und breit erzählt. Das Ponfar und die Sexualität, das ist etwas, worüber Vulkanier mit Außenstehenden nicht sprechen. Was war denn da jetzt gerade passiert? Vielleicht hat der Spock, der Spock wird halt immer menschlicher, haben wir doch gerade gesagt. Ja gut, aber ich meine, so ein Tabu seiner Gesellschaft einfach dann zu missachten? Ja, der übertreibt halt, merkst du es nicht? Merkst du es nicht? Das passt doch einfach da rein. Der wird jetzt immer unwulkanischer, bricht sogar mit solchen Traditionen. Klar, dass der irgendwann die Notbremse ziehen musste. Ah, okay. Bevor er dann jetzt, hinterher hätte er noch Sex nach sechs Jahren gehabt, ja? Da muss er irgendwas unternehmen, da muss er den Kolinar anfangen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, ist gut. Da sterben auf Vulkan aber irgendwo die Eukalyptus-Bärchen. Ja, die Selats, Simon. Die Selats. Du hast den Namen verraten, wusste ich es doch. Hervorragend. Ja, die beiden, also wie gesagt, die haben dann diese doch recht intime Diskussion. Währenddessen haben wir mal so im Hintergrund gesehen, das ist die Szene, die du überspielt hast gerade, eine andere Frau, die da auftaucht. Die ist so ähnliche Kleide wie Droxine und die hört den beiden ein bisschen zu, schleicht sich dann aber weiter in den Nebenraum, in dem Kirk schläft. Und die hat wieder so ein Minen-Werkzeug-Messer, was immer das auch sein soll. Es sieht jedenfalls fies und scharf aus. Und die möchte den Kirk attackieren. Keine Ahnung, was da genau passieren soll, ob sie ihm gleich die Kehle durchschneiden will, was aber nicht dazu passen würde, zu ihrer eigentlichen Absicht. Aber irgendwie will sie ihn angreifen. Vielleicht ist auch das Ding vergiftet und er wäre dann, keine Ahnung, ohnmächtig oder sowas. Oder ein geheimer Transporter ist dran. Wir wissen es nicht, aber Jim hat einen leichten Schlaf zum Glück. Ich glaube, der schläft überhaupt gar nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Der fand das so geil und interessant, was der Spock da erzählt hat. Der hat ja gelegen mit den Augen zu und hat gedacht, erzähl mal mehr. Nee, das hat ja Spock nur gedacht, das hat er nicht gesagt. Schade, aber sonst könnte ich mir das so erklären. Ja. Also der Kirk kann die dann auch schnell überwältigen und sie so festhalten und sagt ihr, ich lasse dich jetzt hier nur aus dem Schwitzkasten, wenn du mir Antworten gibst. Und dann lässt er mal ganz kurz locker und sofort hat sie ihr Messer wieder und Kirk schlägt es aber weg. Also da merkt er dann auch, okay, hier muss ich vorsichtig sein, hier muss ich aufpassen. Stimmt. Wir haben eine lustige Szene, finde ich jetzt, denn während sich Droxine und Spock noch so angeregt unterhalten, hört man so aus dem Nebenraum, Spock, come here please. Es gibt noch so ein, zwei andere Szenen, da musste ich sehr über Jim lachen. Ich fand Jim in dieser Folge bis aufs Ende halt unglaublich sympathisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der war einfach gut drauf. So, der war so ein bisschen trocken die ganze Zeit und fand ich schön. Ja. Ja. Und als dann alles so zusammenkommt, denn der Jim hat ja jetzt gerufen, da erfahren wir dann auch mal den Namen der Disruptorin, das ist nämlich die Vanna. Richtig. Und sie verrät uns auch, was sie denkt, dass die Troglodites denken, besser gesagt, warum die Enterprise da ist. Nämlich nicht, um irgendein Mineral abzuholen, um eine Pflanzenplage auf einem anderen Planeten zu beseitigen, sondern die denkt, die ist da, weil die Stratosianer sie gerufen haben, um die Disruptoren einzuschüchtern, damit diese Rebellion da mal endlich aufhört. Ja, also wirklich die Gehilfen sozusagen der bösen Unterdrücker. Und deswegen möchte sie halt oder ihre Leute möchten diese Leute, also Kirk und Co., als Geisel nehmen, um die dann auszutauschen, weil die halt glauben, dass sie alle unter einer Decke stecken. Ja, ist das so Propaganda, falsche Propaganda, die da gestreut wurde oder liegt es dann an dem Grund, warum die so aggressiv sind, über den wir dann später erfahren? Ja, das ist sicherlich eine Mischung aus beidem. Also man schaukelt sich ja, wenn man sich unterdrückt fühlt, in so ein Unverstandenheitsgefühl rein und alle sind gegen uns. Aber wir erfahren ja auch sofort eigentlich, dass die Leute auf Stratos denen durchaus auch Gründe geben, dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Ja, denn Droxine sagt hier ganz klar, als Kirk so ein bisschen fragt, also Kirk möchte einfach verstehen, was da abgeht. Naja, die Venner ist eine Dienerin, die kann niemals hier oben liegen, leben. Ja, warum? Warum? Weil es sich bei denen um Arbeitern handelt, bei den Trogglights. Und Arbeiter arbeiten, ja. Und Wolkenstadtbewohner sind keine Arbeiter, die arbeiten nicht. Und das ist der Grund, warum dieses System angeblich funktioniert und angeblich auch gewaltfrei ist. Ja. Ja. Was ein Bullshit, ne? Aber hallo, ich habe Quark geschrieben anstatt Bullshit in meinen Notizen, aber ja, es ist Bullshit. Also die Droxine, die zeigt jetzt ja hier ihr wahres Gesicht. Ja. Denn als die Vanna sagt, wir wollen doch auch mal Sonne und Wärme haben, statt dass sie dann sagt, ja verstehe ich, das ist irgendwie ein Bedürfnis von Lebewesen, sagt sie, ihr seid doch gar nicht an sowas gewöhnt. Ja. Und wie könnt ihr an irgendetwas teilhaben, was ihr überhaupt gar nicht versteht? Unsere Gesellschaft ist nur deswegen so perfekt, weil wir Arbeit und Entspannung getrennt haben. Ja wunderbar, wenn ich den ganzen Tag in der Hängematte liegen würde und Comics lese oder Star Trek gucke, dann würde ich auch sagen, das funktioniert aber super hier, oder? Ja, natürlich. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo ich mich frage, dass eine so offensichtlich fortschrittlich denkende Kultur, ja, die auch so auf Kunst fixiert ist, also so Künstler, die auch sich dann vielleicht mal ein paar Gedanken darüber machen, wofür denn die Kunst so steht, so unglaublich reaktionär und rückschrittlich sind und so dumm sind, ne? Es ist halt schon, schon krass. Wir haben hier, Werner wird abgeführt von einem dieser Sentinels und wir haben da einen wunderbaren Schnitt, Sebastian, da sagt sie nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, wir haben hier keine Gewalt. Und in dem Moment, wo sie Gewalt sagt, gibt es einen Schnitt und wir sehen Werner, wie die gerade festgebunden wird an so einer Säule. Ja, und dort gleich auch die Folterung beginnt. Ja, mit so einer Art Schmerzstrahl, wie wir ihn aus dem Spiegeluniversum kennen. Genau. Das ist, also wir lehnen Gewalt ab und dann kommt direkt Bam, ja. Während die Wanner da rumschreit und während sie gefoltert wird, kommt der Spock mal auf das Troglite-Wortspiel. Das ist ja ein Genie, also da habe ich ihm, eigentlich hätte ich ihm mehr zugetraut. Troglite, Troglodyte, der Troglodyt, das ist der Höhlenbewohner. Und Kirk, interessanterweise, nimmt dann die Metaebene ein, indem er sagt, ja, da hätte man auch mal drauf kommen können. Ja, schön. Ja, schon. Ja, aber sie hören Wanners Schreie und eilen dorthin und Plassis hat auch gleich eine wunderbare Begründung davor, warum man foltert, ne? Ja, das ist halt Physical Discomfort, also physikalisches Unbehag sein, Schmerzen oder so. Das ist doch ein gutes Mittel, um hier herauszukriegen, wo euer Zeug ist, wo dieses Zenit abgeblieben ist, was ihr hier mitnehmt. Das kann man doch verwenden, das ist doch super. Ja, klasse. Und da habe ich mich halt gefragt, gibt es nur eine Ladung Zenit? Ist das jetzt so ein seltener Rohstoff, dass sie den einmal abbauen und diese eine Ladung ist weg und wenn die weg ist, ja, dann kriegt ihr halt kein Zenit. Oder kann man sagen, ja gut, dann schicken wir jetzt nochmal einen anderen Karl Otto in die Minen und hauen da ein bisschen was aus der Wand raus und ihr nehmt das mit. Zumindest parallel sollte man das doch machen, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, dass man es nicht rausfindet, habe ich auch nicht verstanden so ganz. Schambar ist das, weiß ich nicht, wahrscheinlich läuft das so in Adern ab, ja? Du musst erst mal so ganz, ganz viel abbauen und dann kommst du aus so einer Zenit-Ader und dann baust du die ab und dann musst du wieder ganz, ganz viel abbauen und dann kommst du in die nächste Zenit-Ader. Das ist dann wahrscheinlich das zweite Problem, ne? Kirk kann nicht ruhig bleiben, er kann sich das nicht anschauen. Er sagt, ich werde hier nicht einfach rumstehen und zugucken, während jemand gefoltert wird. Er appelliert an ihr Gewissen, er sagt, das macht keinen Sinn, das ist nicht human, was ihr hier tut und es kommt zum Streit zwischen Places und Kirk und Spock. Die schreien sich dann richtig an und es endet auch eigentlich darin, dass man meint, wir halten jetzt auch nicht mehr miteinander aus. Kirk beamt sich hoch, wird rausgeschmissen und Places sagt sogar, wenn Kirk wieder erscheint, dann tötet ihn. Also der Alte hat es faustig hinter den Ohren. Aber hallo. Und ja, jetzt muss man erst mal an Bord der Enterprise natürlich Luft holen. Endlich kann auch McCoy ein bisschen was dazu beitragen, zur Handlung. Wir erfahren zuerst, Freunde, die Zeit dringt. Wir haben noch, keine Ahnung, zehn Stunden oder zwölf Stunden oder sowas, um das Zenit zwölf Stunden nach Merak 2 zu bringen. Und der McCoy, der war ja nicht untätig die ganze Zeit, sondern der hat sich mal einfach so die Atmosphäre angeschaut von den Troglides. Und da hat er ein Gas gefunden, was entsteht, wenn man unbearbeitetes Zenit abbaut. Ja, also wenn das so noch nicht richtig bearbeitet wurde. Denn dieses Gas, Sebastian, das macht was ganz Besonderes mit den Leuten, die es über eine längere Zeit einatmen. Ja, und das macht etwas, was ich fast unglaublich finde. Es setzt den Intellekt und dann mit dem Intellekt der Truglüten, denn nur die gehen ja mit dem, die handhaben das Zenit ja nur, es setzt den Intellekt um 20 Prozent herunter. Und der McCoy weiß auch jetzt schon, wenn man das Gas wegnimmt, dann würden die sich ganz schnell angleichen. Ich, das, ne, also funktioniert das so? Also wenn ein Gehirn so zurückgehalten wird, dass du dann irgendwie was wegnimmst und dann auf einmal werden die klüger, die Leute? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, wie das funktioniert. Ich bin kein Space-Neurologe oder was immer man da auch sein muss, um das völlig zu durchblicken. Ich finde das auch weit hergeholt, wie ich diese ganze Gasgeschichte für weit hergeholt und auch überflüssig finde. Da komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Ja, man erklärt sich halt so, dass es schwierig ist, mit diesen Leuten zu reden, weil die eben, ja, dummer sind, ne? Ja. Und guck dir doch mal die Wanne an. Die hat jetzt als Dienerin auf Stratos gearbeitet und war lange weg und deswegen ist sie jetzt so auf Zack. Ja, genau. Da ist das halt weg. Die ist wieder topfit oder auf dem Weg dahin. Ja, die Lösung liegt natürlich auf der Hand, Sebastian. Das sagt doch McCoy. Wir produzieren einfach diese Gasmasken oder diese Filter einfach und verteilen die unter den Arbeitern und dann ist das Problem gegessen. Dann können die weiter abbauen. Verstehst du? Dann können die einfach weiter in Ruhe abbauen und machen nicht mehr so viel Stress. Ja. Das wird so nicht gesagt, aber das ist irgendwie das, was impliziert wird. Ja, und natürlich ruft man sofort den Plassus an und erzählt ihm das und der hält das alles für Quatsch und der macht das Totschlags-Rassisten-Argument, der schiebt die ungleiche Intelligenz auf die Evolution, ne? Ja. Das ist halt von der Natur so gewollt, dass die dümmer sind und euer Tausch, den ihr hier vorschlagt, in der Zwischenzeit Filtermasken gegen Zenit, der kommt gar nicht in die Tüte. Das sagt er jetzt zwar nicht, aber der kommt deswegen nicht in die Tüte, weil das ja diese wunderbare, in Anführungszeichen, natürliche Ordnung, ja, beenden könnte. Ja. Es folgt Streit, Drohung und ein erneuter Kontaktabbruch. Ja, man kann Plassus hier verstehen, also warum der so reagiert an der Stelle, klar, ne? Der will halt da, der ist jetzt zufrieden, er ist ja auch auf der richtigen Seite, er ist ja oben in der Wolkenstadt nicht nur das, er ist sogar Chef und er ist der King und wenn er jetzt das zulassen würde, dann würde ein Haufen Probleme entstehen, ne? Wenn man den Leuten plötzlich Zugang gibt zu Informationen oder zu anderen Dingen, die sie vorher nicht erreicht haben, dann neigen diese Leute dazu, auch plötzlich Forderungen zu stellen. Und ja, aus Sicht von so einem Typen, der ja so diktatorhaft dieses ganze Volk da unterdrückt, dieses Volksteil, ist das natürlich jetzt ein unangenehmes Ding. Und die Folge sagt das nie ausdrücklich, die Folge sagt eigentlich immer nur, niemand auf Adana weiß um den Effekt dieses Gases, aber auch für mich kommt es so rüber, als wüsste der Plassus genau, was es mit diesem Gas auf sich hat, aber dass er das vertuschen will, um eben die schöne Situation, so wie er sie hat, sein Himmelbettchen da oben auf den Wolken aufrecht zu erhalten. Hast du das auch so gelesen? Ich hätte es gerne gehört. Dann hätte die Geschichte für mich auch ein bisschen mehr Sinn ergeben mit dem Gas. Ich hätte es gar nicht gebraucht, dieses Gas. Ich hätte das einfach, ja, ich hätte es einfach viel spannender gefunden, diesen Konflikt zwischen diesen beiden, ja, dieses Zwei-Klassen-Systems einfach so zu erleben, ohne so ein Hokus-Pokus, wie so plötzlich so ein Gas, das da ist und irgendwelche Leute dumm macht. Ja. Es sei denn, Plassus hätte das irgendwie da eingerichtet, ja, oder er wüsste das oder so. Da würde das Sinn machen, aber eben, weil es die Folge nicht sagt, habe ich es eben nicht so gelesen, sondern ich dachte, es ist für ihn genauso überraschend wie für alle anderen auch. Ja, da wirst du recht haben. Vielleicht war ich da auch einfach schon zu Meta in meiner Ansicht. Tatsächlich ist es ja so, jetzt greife ich schon mal das vor, was ich zum Ende der Folge jetzt heute gesagt hätte. Tatsächlich ist es so, dass der David Gerald das als so eine ganz, ganz dreckige Folge geplant hatte. Der wollte, dass die Enterprise-Crew die meiste Zeit in den Minen verbringen und sieht, wie die Leute da leiden, wie Kinder sterben. Und dann kam dieser Oliver Crawford, dieser ältere Typ, der hat dann gesagt, das kannst du doch nicht machen, so eine Geschichte so zu erzählen. Wir müssen jetzt hier irgendwie mal so ein Hokus-Pokus-Device einbauen, eben dieses Gas. Und bei Gerald wäre diese Geschichte, wenn der junge David Gerald diese Geschichte so hätte durchsetzen können, wie er es gewollt hätte, dann hätten wir so einen richtigen Klassenkampf als Geschichte bekommen. Und so bekommt das Ganze diesen Quatsch übergestülpt jetzt, weil dieser alte Sack sich da eingemischt hat, dieser Crawford. Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst. Und ich habe mir das auch ein bisschen gedacht, als wir am Anfang ja schon darüber gesprochen haben, dass die Geschichte durch viele Hände ging und Gerald auch, dass das Teleplay nicht geschrieben hat, dass da schon dran rum gedoktert wurde. Und ich finde, so wirkt das auch. Das wirkt nicht in sich stimmig. Wir machen das Fazit viel zu früh. Kein Problem, wird es am Ende halt ein bisschen kürzer. Aber es wirkt halt einfach nicht rund. Es wirkt irgendwie nicht stimmig. Ja gut, mit Places kann man nicht reden. Das wissen wir jetzt. Also geht man zu Werner, die ja Kirk als so eine Art Anführerin des Widerstands wahrnimmt. Warum auch immer. Oder auch so eine Art Kontakt dahin. Und wir wissen ja, dass Werner gerade da festgehalten wird. Und warum beamen wir da nicht hin, denkt man sich mit der Gasmaske und erklären ihr mal diese ganze Geschichte. Ja, ich muss noch mal eine Minute zurückspulen. Sonst überspringen wir mein Zitat der Woche. Denn der Kirk, als dieser Streit mit dem Places mal wieder aufhört, der sagt etwas, das steht so für ganz, ganz viele Folgen der letzten Wochen und Monate. Der Kirk, als der Places da den Telefonhörer auflegt, sagt er. My Diplomacy is somewhat inadequate. Das ist eine von diesen Momenten. Und da denke ich, ja, nicht bloß heute, Jim. Das ist schon länger so, dass du nicht der diplomatischste Typ bist. Ja, schon, schon, schon. Aber ich sage ja, er ist gut drauf. Er ist ein bisschen selbstkritisch, selbstreflektiv und so. Ich finde ich gut. Ich mag diesen Kirk, der dann auch sagt, na gut, das haben wir mal wieder verkackt. Nicht wahr, Spock? Müssen wir jetzt irgendwie anders lösen. Ja, Kirk beamt aber jetzt zu Werner, obwohl man ihm davon abrät. Auch McCoy sagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, denn und ich denke mir auch so, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, denn man riskiert ja hier schon einen diplomatischen Zwischenfall. Ganz egal, wie die da drauf sind. Ich hätte mir von der Föderation wahrscheinlich erst mal das Okay geholt, glaube ich, für so eine Aktion jetzt. Weil jetzt mischen sie sich ein. Jetzt mischen sie sich richtig ein in die internen Belange auf diesem Planeten. Ja, aber Kirk sagt ja dann auch selbst, das ist jetzt hier eine inoffizielle Mission. Spock, ich weiß, du willst hier runter, weil du der erste Offizier bist, du begibst dich in Gefahr. Aber nein, das geht auf meine Kappe, weil wir keine Befehle haben. Ich mache das jetzt als im Alleingang. Krass, der Jim. Krass. Der Jim, ja, echt krass. Hut ab. Manchmal muss man auch die Autoritäten ignorieren und einfach das tun, was man für richtig hält. Und das macht er hier und beamt tatsächlich runter. So, wir sehen jetzt Werner, die was anderes anhat. Die zieht sich, glaube ich, öfter um in dieser Folge. Habe ich so den Eindruck, ne? Schon. Ja, und er erklärt ihr jetzt die ganze Geschichte. Ja, und sie glaubt es ihm nicht, weil sie das Gas, von dem er da spricht, weder sehen noch riechen kann. Und bei ihr ist das, da bin ich mir ganz sicher, bei Plasses war ich mir gerade unsicher, bei ihr ist das echte Unwissenheit. Ja, und ich kann sie auch verstehen, tatsächlich. Warum sollte sie Kirk trauen? Ja, sie hat ja, das haben sie auch ganz geschickt gemacht, als Kirk da das erste Mal schimpft mit dem Plasses, ist sie ohnmächtig von diesem Schmerzstrahl. Ja, sie kriegt diese erste Unterhaltung zwischen den beiden gar nicht mit. Und hier ist sie natürlich auch, denkt sie sich, jetzt kommt er schon wieder, was will er hier, wie kommt er hier überhaupt rein und warum will er mich jetzt hier, ja, was erzählt er mir denn da für ein Quatsch? Allerdings, Sebastian, würde mich an Wenners Stelle auch fragen, was hätte der denn davon, mich zu verarschen hier? Genau. Warum beamt er in den Knast? Was bringt ihn das? Warum will er mich befreien? Wenn er doch nur das Zenit haben will oder was auch immer oder wenn er, wenn er dem Plasses helfen will, dann geht er jetzt auf sein Schiff und lässt Photonentorpedos nach unten regnen oder irgendwie sowas. Warum ist er hier? Und ich glaube ja, ich glaube ja, sie spürt das auch irgendwie. Er sagt dann zwar auch nochmal, gebt uns das Zenit, sagt der Jim, dann kommen wir nach unserer Hilfsmission zu euch zurück und helfen euch. Und Wanner entgegnet auch, ja, toll. Wir haben jetzt seit Jahrhunderten den Stratusianern vertraut und es ist nichts passiert. Und sie sagt, hör mal, geh mit mir runter in die Minen und das Zenit ist an einem Ort in den Minen, wo nur ich hinfinde. Ich vertraue dir, aber du musst gleichzeitig auch mir vertrauen, um da hinzufinden. Und da gibt der Kirk so ein wohlwollendes Nicken von sich, dass er denkt, ja, dann gehe ich auch mal in Vertrauensvorleistung. Und das ist für mich tatsächlich der authentischste, der schönste Moment in der Folge, wo die beiden so sich auf Augenhöhe begegnen. Ansonsten ist das ziemlich quatschig alles, aber da stehen sich zwei ebenbürtige Verhandlungspartner gegenüber. Stimmt, ist auch wieder wunderbar gespielt von Shatner, der auch häufig zu Unrecht, wie ich finde, kritisiert wird für seinen Stil. Der kann auch subtil und er kann auch sehr gut subtil. Und hier hat er das auch gut gemacht, finde ich an der Stelle. Ja, ist mir auch sehr positiv aufgefallen, die Folge zwischen den beiden. Ich fand auch Wanner gut. Ich habe jetzt die Darstellerin gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Die hat den besten Namen überhaupt. Die heißt nämlich Charlene Polite. Ja. Charlene Höflich. Charlene Höflich, die hier einen super Job macht, muss ich sagen. Die auch Charakter ausstrahlt einfach. Und ich muss sagen, dass die da sehr gut gecastet war. Also ich habe die sehr gerne gesehen. In der Tat. Wenn man so The Cloudminders, den Folgentitel googelt und sich die Bildersuche anschaltet, dann sieht man Fotos von Droxine. Droxine, 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 Droxine. Aber ich muss sagen, ich finde Wanner viel, viel cooler, ansprechender und auch attraktiver als Droxine. Ich auch. Also nicht, dass das jetzt eine große Rolle bei der Bewertung spielen würde. Aber das stimmt, ja. Das kann ich so bestätigen. Ja. Einfach ein runderer Charakter, der einfach besser funktioniert und auch besser gespielt wird. Das stimmt. Und es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, dass Charlene Polite im Alter von 55 Jahren an Brustkrebs gestorben ist. Ja, das ist sehr schade. Finde ich bitter. Das ist sehr schade. Aber wie es halt immer so schade ist, wenn jemand an scheiß Krebs stirbt. Ja. So. Ja, man einigt sich. Du hast es richtig gesagt. Kirk, vertraut ihr. Man beamt dann auch tatsächlich runter und ist dann auch in einer Höhle. Das geht dann alles ein bisschen sehr schnell. Ja. Also wie man da flieht. Werner sagt noch so, ja, wir brauchen noch so eine Transporterkarte. Dann können wir hier raus. Ja, okay. Zack. Schnitt. Und man ist auch unten in den Höhlen. Ja, da kommt noch so eine Wache rein, die Essen abstellt. Aber der Typ, der sieht aus wie der schwächlichste und trotteligste Typ, den ich mir vorstellen könnte. Also das ist, wenn ich jemanden als Wache einstelle, dann nehme ich allen, nur nicht den. Ja, genau. Der kriegt auch direkt einer um den Latz. Ja. Und ja, man kann dann fliehen. Tatsächlich sehr schnell. Ja, und dann kommt das, kommt es wie es kommen muss. Man ist dann in dieser Höhle. Und ich glaube, das Zenit steht da auch schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Und die Werner, die macht dann so ein, ich glaube, die klopft irgendwie, ne, auf so ein Ding. Ja. Und dann kommen Troglites. Zwei Stück, die den Kirk sofort festnehmen. Werner hat hier so ein Double Cross auf Parkett gelegt. Good for her, habe ich in dem Moment gedacht. Good for her. Ja. Gut gemacht. Hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich auch. Ist die sicherste Variante. Vertrauen wird überbewertet, wenn man da jahrelang unterdrückt würde. Ja, aber dann ist wieder die Frage, warum sollte er sie belügen? So. Und Kirk, der, ja, jetzt nicht sonderlich erschüttert ist, aber schon sich so ein bisschen denkt, oh Mann. Oh, Kacke. Der muss jetzt tatsächlich, sie sagt ihm, ja, hier ist ja kein Gas und so. Du kannst das ja immer mal ausprobieren. Und der muss jetzt anfangen, mit den bloßen Händen dieses Material abzubauen. Ja. Die Atemmaske kriegt er auch geklaut und die soll als Zeichen an Plassus, dass Kirk eine Geisel ist, vor die Höhle gelegt werden. Was? Er hat so eine Kamera, weißt du? Da sitzt so ein Typ, so ein Security-Mann, isst so einen Donut, trinkt einen Kaffee, guckt dann so auf das Security-Mask. Und dann greift er zum Telefon und ruft den Plassus an. Ja. Der muss noch so ein Double-Take machen und spuckt so ein bisschen Kaffee aus, weil der da liegen sieht. Und springt dann auf und rennt Plassus, Plassus. Oh Gott. Die Enterprise kann auch nicht helfen. Wir schalten mal kurz rüber, denn Kirk hat Funkstille beordert. Und deswegen sitzen die da und wissen nicht so genau, was mit Kirk jetzt ist. Und deswegen greifen die auch nicht ein. Nö. Und es gibt auch so eine Diskussion, so eine Auseinandersetzung mit der Wanner und ihren Gefolgsleuten. Einer davon heißt Anka, so wie Paul Anka, muss ich lachen. Ich auch. Und da bekommt man mit, die sind. Ja, Mitro, genau. Mitro-Glyzerin und Paul Anka. Oh Gott. Die sind, da merkt man schon, die sind ein bisschen kindlich dumm, so ein bisschen zurückgeblieben. Aber der Kirk, der weiß sich dann ja auch zu helfen. Oh ja. Aus irgendeinem Grund schickt die Wanner die beiden Typen weg. Wahrscheinlich, um halt eben diese Gasmaske da wegzutransportieren. Und der Mitro kriegt auch irgendeine Aufgabe. Ja, was eine ziemlich dämliche Aktion ist einfach. Denn Kirk nutzt das natürlich aus. Und es darf sich wieder ein wenig über den Boden gewälzt werden. Und dann schnappt der Kirk sich einen Phaser und bringt den Eingang in diese Kammer, in der die da sind, bringt den Eingang zum Einstürzen. Also da kommen so Felsbrocken von der Decke und der Eingang ist zu. Ich finde das immer sehr mutig, so unter der Erde solche Sachen zu machen. Ich hätte immer Angst, dass alles einstürzt. Ja, schon. Aber da ist es genau getimt, aus welchen Gründen auch immer. Und man ist jetzt da gefangen zusammen in der Halle. Und hier kommt mein Zitat der Woche. Das ist nicht besonders spektakulär, aber ich finde das Timing, die Delivery und wie Shatner dabei guckt, finde ich einfach fantastisch. Wanner richtet sie auf. Wie kannst du das machen? Und wir sind jetzt eingesperrt hier. Ja, und Kirk sagt. Und feigst sich dabei eins. Das finde ich sehr sympathisch an der Stelle. Jetzt sind wir hier halt. Jetzt stehen wir hier. Jetzt müssen wir. Klar kommen wir beiden miteinander. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Wie, du glaubst jetzt, dass du erstickst? Das ist doch Sauerstoffmangel. Das ist doch was Unsichtbares. Das kann man doch nicht sehen. Merkste, merkste. Ja, genau. Hier ist Kirk noch auf einem sehr guten Weg, finde ich, um die mal einfach ein bisschen wach zu rütteln. Und jetzt ruft er die Enterprise, denn er hat ja seinen Kommunikator. Sag mal, habe ich mich verhört oder sagt Spock hier, ist everything wrong? Weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ist everything wrong? Wahrscheinlich ist anything wrong, oder? Ist anything wrong. Warte, ich gucke jetzt mal gerade. Ich meine, ich habe everything gehört und ich dachte, ich habe mein Ohr nicht gehört. Aber wahrscheinlich sagt er, ist everything wrong? As usual? Cloud Minders Transcript. Es gibt ja die wunderbare Seite chakotea.net, die ich jede Woche nutze, wo das komplette Transkript der Folge ist. Wenn man mal was überhört hat, kann man das dann nochmal nachlesen. Und is anything wrong, sagt er. Is anything wrong? Also schon, ja, ja. Dann wollte ich da einen lustigen Gag dazu addieren, der gar nicht da war. Schade, Mann. Ich hätte es dir gegönnt. Ja, natürlich ist einiges wrong. Aber Kirk will das Ganze jetzt so lösen. Was eigentlich eine ganz gute Idee ist. Er möchte diesen High Advisor, also unseren Places, möchte er in die Höhle beamen. Dass der sich der Diskussion mit Vanna stellen muss. Die beiden sind eingesperrt. Und da würde ich mir einfach wünschen, so, weißt du, das wäre so schön gewesen, wenn Kirk einfach gesagt hätte, ihr seid hier eingesperrt. Klärt das jetzt. Und keiner geht hier raus, bis nicht eine Lösung da ist. Denn wir können so nicht weitermachen. Wir brauchen eine Lösung. Ja, aber das ist auch irgendwie immer Kirks Totschlags-Move, ja. Da, wo so ein PK dann immer sagt, oh, look, the miners and they have the gas and everything, ja. Da kommt der Kirk immer und sagt, jetzt sitzt ihr zusammen fest. Jetzt müsst ihr mal miteinander klarkommen. Das ist so ein Standard-Kirk-Move irgendwie. Das mag sein. Der setzt immer auf Konfrontation. Ja, aber manchmal ist das, ja, es kommt drauf an, was für eine Konfrontation. Wenn sich die beiden Typen, die beide ihr Volk da aufhetzen oder beziehungsweise in eine bestimmte Richtung drängen, mal zusammensetzen müssen und miteinander reden müssen, ist das ein guter Schritt. Wenn das nichts wird, kann man immer noch intervenieren, ja. Aber wie schön ist es doch, wenn sich zwei Leute erstmal so einigen. Ja, okay, ja. Ohne direkt zu Tode moderiert zu werden, weißt du? Deswegen finde ich diesen Ansatz eigentlich gar nicht so schlicht, den Kirk da hat. Ja, man bekommt ja auch noch eine schöne Plasseszene, wie er da oben mit seiner Tochter auf dem Balkon steht. Sie sehnt sich nach Spock. Und dann können sie noch gar nicht beamen, weil die beiden nicht alleine sind und sonst würde man irgendwie die Droxine auch mit beamen oder von beiden je nur die Hälfte. Keine Ahnung, was dann schief geht. Ist auch irgendwie egal. Und Plasses redet dann nochmal so gegen Kirk, der ja nur, wie Plasses behauptet, seine Macht und die Gesellschaft zerstören will. Aber ja, dann geht er weg und dann passiert das, was du schon gesagt hast. Er wird runtergebeamt, gewaltsam mehr oder minder. Und er materialisiert auch nochmal auf der Enterprise Zwischen, um uns zu zeigen, es gibt noch nicht diesen berühmten Side-to-Side Transport, den wir dann später in Next Generation kennenlernen. Und das ist auch wieder ein unnötiger und doch sehr, sehr schöner Effekt, weil ich irgendwann mal gelesen habe, wie viele tausend Dollar damals in den 60er Jahren noch so ein einziger Transporter-Effekt kostete. Also irgendwie haben die bei The Cloud Minders nochmal richtig Geld in die Hand genommen, so kurz vor Ende. Da hat man sich auch gedacht, jetzt ist eh wurscht, das Ding wird abgesägt, komm, ob wir jetzt ein Budget überziehen oder nicht. Ich bin mein Job eh los. Was eben. Ja, genau. Und dann haben wir es auch, ne? Die sind jetzt da beide zusammen. Ja, Plasses ist natürlich außer sich. Kirk zwingt ihn dann zum Buddeln. Hier, nimm mal schön ein paar Näschen von dem Gas. Und da merkt man, der Kirk ist auch schon under the influence. Richtig, der ist voll aggro, zwingt auch die Werner direkt mitzubuddeln. Schau euch das an, mach das. Und als dann Spock tatsächlich auch mal zwischenfunkt und sagt, wie geht's da unten so? Wir stimmen der Kirk so über den Mund, richtig, und sagt, die müssen jetzt hier graben. Schluss jetzt, müssen graben. Dick. Der guckt wie so, neulich war ja Stadtfest, ich war zwar nicht da, aber ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr auf dem Stadtfest, und da war so ein betrunkener Schläger, der auf Ärger aus war. Und der hat so geguckt, wie der Kirk jetzt guckt. Komm her! Was hast du gesagt? Hast du meine Mutter belagt? Ja. Also, geh mal aus dem Weg. Ja, was? Hast du mich angefangen? Ja, also, eine aufgeladene Stimmung. Und das merkt auch Spock. Der sagt dann so zu Scotty, der ja auch mal auftauchen darf in dieser Folge und das Ganze auch ein bisschen seltsam findet, dass da jetzt gerade so ein diplomatische, ja, dass man diplomatisch jegliche Zügel aus der Hand gibt. Der sagt, das klingt irgendwie, klingt nicht nach unserem Käpt'n, oder? Und irgendwann eskaliert auch die Situation, also der Kirk und der Plass, ich weiß gar nicht mehr, was sie jetzt im Detail alles sagen, die werfen sich Dinge vor, die schreien sich immer lauter an und irgendwann kloppen sie sich. Ja. Und die Vanna, die scheint ja noch klarer zu sein, obwohl sie ja genauso lange da unten ist, aber vielleicht stand sie einfach nicht nah genug an den Steinen dran, um die Nase voller Gas zu haben. Ja, das ist ein bisschen komisch, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil Plassus ist ja wahrscheinlich das allererste Mal tatsächlich dem ausgesetzt. Und während die beiden miteinander kämpfen, Plassus hat zwei von diesen, sie fangen aus wie so zwei Bügeleisen, diese Gerätschaften und beiden kämpfen und hauen sich und so, schnappt sich Vanna den Kommunikator, der da rumfliegt, nicht den Phaser, der auch da rumfliegt und ruft die Enterprise und sagt, Hilfe, 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 helft uns Enterprise, helft uns Enterprise, sie bringen sich um. Und ja, dann biebt man sie alle schön hoch und der Kirk, der ist auch immer noch unter dem Einfluss des Gases und dann muss der Spock ihn richtig zur Raison rufen, dann irgendwie so Captain, das Gas oder so ruft er dann nochmal. Dann kriegt Plassus einen vor die Zwölf, so wie das am Ende eines jeden Bud-Spencer-Films ist. So ein Nackenschlag. Ja. Und dann ist die Situation erstmal geklärt, wenn der Fiesling da liegt, dann ist erstmal alles gut. Genau. Ja. Langsam kommt Kirk dann auch wieder zu sich und damit ist im Grunde die Situation schon wieder deeskaliert, denn jetzt geht alles ganz schnell, Wenner hat so einen kompletten Turnaround gemacht und vertraut Kirk nun und gibt ihm das Zenit, denn wir dürfen ja nicht vergessen, auf Merak 2 drohen Menschen zu sterben. Ja. Oder Elefanten oder was auch immer auf Merak 2 lebt. Schön, Wenner hat hier wieder andere Klamotten an, also die zieht sich oft um in dieser Folge und man kriegt jetzt gesagt, die Masken werden jetzt verteilt. Die Masken werden jetzt verteilt, Plasses passt das gar nicht, die werden jetzt alle wie Werner, oh nein. Und mal wieder wurde eine Zivilisation gewaltsam umgekrempelt, die eigentlich schon auf einem guten Weg waren, denn diese Rebellion existierte da ja und du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht in 2, 15 oder 38 Jahren dazu gekommen wäre, dass diese Gesellschaft sich hätte erneuern müssen. Man merkt das ja auch an den Plasses, wie verbohrt das ist, aber nein, die Enterprise Direktive für vernünftig hält, auch wenn die hier nicht zieht, das ist eine Föderationswelt, ja, also, aber du weißt, was ich meine. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man da jetzt nicht so sich auf eine Seite gestellt und das so vorangetrieben hätte. Ja, vor allen Dingen ohne sich Gedanken um die Konsequenzen zu machen, weil das haben wir ja leider viel zu oft. Wie geht es denn da jetzt weiter? Jetzt möchten ja sicherlich all die Arbeiter gerne in der Wolkenstadt leben, ne? Also wenn dir jetzt bewusst wird, dass ich die letzten 30 Jahre mir den Arsch aus der Hose gearbeitet habe, während die feinen Herrschaften da oben auf Wolke 7, lieben Gott, einen guten Mann haben sein lassen, dann denkst du dir doch auch erstmal, Freunde, jetzt bin ich dran und ihr geht in die Mine. Ja, sprich, uns wird so ein bisschen vorenthalten und ich bin, sehe das genauso wie du, ich bin überhaupt nie auf Plasses Seite und diese Gesellschaft ist eine furchtbare Gesellschaft, so wie sie war, zumal ja auch diese Gasgeschichte, die ja davon abgehalten hat, diesen Aufstand, dass der sich so richtig entfalten kann, weil die einfach zu dusselig waren, wegen dem Gas, aber, also ich würde mir ein bisschen wünschen, zumindest so einen Schlagplan zu bekommen, ja, oder dass man einfach so sagt, okay, wir lassen jetzt auch mal ein paar Leute da von der Föderation, die sich mit euch mal hinsetzen an den Tisch und da mal überlegen, was gibt's denn jetzt für Möglichkeiten, wie können wir weitermachen hier, sollen wir noch eine Wolkenstadt vielleicht bauen oder solche Sachen, ja, keine Ahnung, man denkt da zu kurzfristig bei solchen schnellen Lösungen, die wir da präsentiert bekommen. Ja, oder man denkt das, was Kirk irgendwie immer denkt und sagt, das erste Mal war das, glaube ich, am Ende von The Return of the Archons, wo er da den Computer abgeschaltet hat und dann einfach nur sagte, well, you're on your own, I hope you're up to it. Ja, genau, wenn nicht, hab da halt Pech gehabt, aber Jim Kirk ist dann schon weit, weit weg. Genau, aber zum Glück, Simon, zum Glück ist es ja nicht so, dass die ganzen Troglyten jetzt auf die Wolkenstadt wollen, nämlich das Gegenteil passiert, die Leute aus der Wolkenstadt wollen runter in die Minen, allen voran die Droxin. Ja, komisch, ne? Die will jetzt die Minen kennenlernen, lässt sich ein Atemgerät geben. Auch sie sagt, ich fühle mich in den Wolken wie eine Gefangene, ich will den Rest meines Planetens kennenlernen und Zenit abbauen. Und Zenit abbauen, dann will ich auch irgendwann mal Wolken kennenlernen und besuchen. Genau, denn da sind genau meine Typen unterwegs. Ja. Sebastian. Simon. Das Ende ist dann ganz klar, also es gibt ja noch zwischen Kirk und Pleißes dann noch so eine letzte Spannung. Pleißes sagt, das Ding ist noch nicht zu Ende. Wir werden dich anklagen hier, dass du uns hier in unseren Government eingemischt hast und Kirk sagt, und ich werde euch anklagen, weil ihr hier einen Föderationsoffizier angegriffen habt. Und wenn er ist es dann, die sagt, wisst ihr was, vergiss das doch einfach. Steht ans Eins, Spiel ist vorbei. Ja, genau. Pass auf. Du vergisst und du vergisst, was vorgefallen ist und dann wird es doch eigentlich sehr bequem für alle Beteiligten. Und das Geile ist, die sagen dann auch, ja, stimmt. Ja, dann gehen Kirk und Spock weg. Es ist nicht, dass es von beiden Frauen noch so einen leicht sehnsüchtigen Blick gibt. Das musst du mir dann noch ein bisschen einbauen. Wenn er Richtung Kirk und Droxine Richtung Spock und dann werden sie weggebeamt. Und das ist die Story von Stratos. Obwohl ich finde ja, dass diese Blicke am Ende, man sieht ja nicht nur die beiden Frauen gucken, man sieht ja auch den Plasses gucken. Und das ist irgendwie schön. Wenn du da auf Pause machst und du guckst dir die drei Gesichter an, dann siehst du ziemlich genau, was die jetzt gerade für Befürchtungen und Hoffnungen haben, was die Zukunft angeht. Und das haben die drei alle sehr, sehr gut gespielt in diesem Moment, ohne Worte, das nochmal da reinzulegen. Es ist schon ein bisschen Intelligenz in der Folge, das kann man schon sagen. Also auch von der Inszenierung her hat man sich da durchaus Gedanken gemacht und hat die ärgerlichen Geschichten weitgehend vermieden. Und deswegen, Sebastian, freue ich mich jetzt eigentlich auf deine Meinung zu der Folge. Du hast bestimmt eine, du hast viel schon gesagt, aber vielleicht möchtest du dem hinten noch was hinzufügen. Naja, so viel kann ich nicht sagen. Es ärgert mich einfach, dass tatsächlich die ursprüngliche Geschichte, die mit einem offeneren Ende, die schmutziger gewesen wäre, dass die so abgewürgt wurde. Und ich glaube, diese Geschichte hätte auch mehr Wahres gesagt über Unterdrücker, Unterdrückte und dieses ganze Gas als Gimmick auch daraus genommen, was wirklich so ein, tja, sehr angestaubt schon wirkte und auch wahrscheinlich schon damals nicht mehr so modern war, dass man noch so ein Deus Ex Machina da einfügt. Die Folge hatte ihre interessanten Momente, sie hatte ihre interessanten Ansätze, ihre okayen Ideen, aber sie hat viel weniger weit gegriffen, als sie es hätte können, wenn man das volle Potenzial der Geschichte entfaltet hätte. Und nach all dem, was ich jetzt die Folge über so gesagt habe, bin ich jetzt auch schon bei meiner Wertung angekommen. Der Daumen geht genau deswegen quer. Also ich habe dem eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Du hast das, was ich hier stehen habe als mein Fazit und wo ich mir Gedanken gemacht habe, eigentlich genau so wiedergegeben. Ich kann das einfach nur wieder koinen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir eine etwas ruhere Geschichte ohne Gas gehabt hätten. Ja, dass dieser Kampf der beiden Schichten und auch die Lösung ein bisschen mehr in die Tiefe gehen würde. Auch, dass man sich mal ein bisschen darüber auslässt, warum so ein Planet überhaupt in die Föderation gelassen wird, wäre an der Stelle vielleicht gar nicht mehr so unsinnvoll gewesen. Ein Highlight ist tatsächlich, wenn er, wenn das Charakter, wenn das Person, wie die sich verhält, das ist überraschend an einigen Stellen, aber nachvollziehbar. Und sie ist Gottlob nicht so ein Love Interest dann irgendwie geworden von Kirk oder so oder hat sich von ihm komplett einlullen lassen, sondern sie ist da ihren Weg gegangen unter schwierigen Umständen und hat am Ende auch nachvollziehbar reagiert und auch die Lösung so ein bisschen gebracht, ein bisschen vermittelt. Aber diese anderen Sachen, die du aufgezeichnet hast, die sind natürlich da. Die stören mich auch. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie weg wären. Dann wäre die Folge deutlich besser gewesen. Sie war aber nicht wirklich schlecht. Und folgerichtig, auch bei mir geht der Daumen quer. Na wunderbar, Simon. Daumen quer. Mal gucken, was das mit der Gesamtwertung macht. Das können wir dann in zwei Wochen, in drei Wochen mal auflösen. Wir sind da ja immer noch an unseren Berechnungen dran. Aber während gerechnet wird, was wird uns denn nächste Woche für eine Folge serviert? Da blicken wir hinter den Savage Curtain. Was das auch immer heißen mag, das habe ich bis heute nicht verstanden. Der blöde Vorhang, total komisch. Auf Deutsch wird die Folge auf jeden Fall genannt, seit es Menschen gibt. Ja, seit es Menschen gibt. Seit es Menschen gibt, würden einige sagen, sind die Dinge nicht unbedingt besser geworden auf der Erde. Ob das auch so in der Folge ist, das werden wir mal sehen. Ein Kumpel von mir hat mir heute ein fantastisches Bild geschickt mit einer Bemerkung, da musste ich sehr lachen. Und zwar hat man da zwei Typen gesehen, in so einer Art Rateshow-Setting. Und vor ihnen stand eine etwas beleibte Frau in Unterwäsche. Und darunter war die Frage, fett oder schwanger? Oh, bitte. Mein Kumpel hat geschrieben zu diesem Bild, manchmal wäre es doch nicht schlimm, wenn die Polkappen abschmelzen würden. Ja, das stimmt. Und mit diesen Worten lasse ich euch da draußen jetzt alleine, denn ich weiß, dass es unter unseren Zuhörern, zumindest was man immer so sieht in den Zuschriften, Leute gibt, die das genauso seltsam finden würden wie wir beide und auch fragwürdig finden und mit denen man da ein bisschen niveauvoller reden kann. Und wenn ich mir so auch die Kommentare ansehe auf die letzten Folgen, das ist ganz, ganz toll, was ihr alles schreibt. Finde ich echt super. Also es ist immer für mich eine Wohltat, das Ganze mir durchzulesen. Ja, das geht mir genauso. Und so darf heute am Ende dieser Folge auch mal unser Gruß ergehen an unsere langjährigste Mithörerin und Kommentatorin, die Bridge, aber auch an Tau Tau, den Michael, den Daniel, den kleinen Bruder, den Felo und alle, die ich jetzt leider vergessen habe, weil ich ein Trottel bin. Björn, haha. Björn, haha, genau. Michael und wie sie alle heißen. Genau, ja, ihr seid einfach super, ihr seid das Salz der Erde, möchte ich mal sagen. Und wenn ihr wunderbare Star Trek Fans seid, dann seid ihr so wie die Menschen, die wir gerade genannt haben, dann kommentiert ihr, dann nehmt ihr Teil an der Anschlussdiskussion oder aber ihr bewertet auch oder ihr nehmt bei Facebook oder auch bei Twitter mit uns Kontakt auf. Wir haben auch schon mal Nachrichten bekommen. Ich sage jetzt nicht, was der Inhalt dieser Nachricht war oder wer sie geschrieben hat, aber ich sage einfach, es ist uns hinter den Kulissen geschickt worden und es ist uns sehr, sehr zu Herzen gegangen. Ja. Ja. Und ja, also ihr dürft jeden öffentlichen oder nicht öffentlichen Kommunikationsweg wählen, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns natürlich auch gerne Bewertungen da lassen. Wir freuen uns riesig und ihr seid irgendwie die geilsten Hörer, die man sich so wünschen könnte. Vielen Dank dafür. Genau. Ja, das kann ich nur unterschreiben und ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen direkt am Dienstag, denn ja, wir sind bald mit der Original Series fertig, aber dann geht es ja erst richtig los. Aber hallo. So. Simon, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch diese Woche wieder mal. Danke, gebe ich zurück. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. In diesem Sinne, bleibt gesund da draußen, Sebastian. Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Dienstag und bis zu The Savage Curtain. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Eine Track am Dienstag 2018 Produktion.